Hallo liebe Freunde da draußen, ja ich habe schon reichlich in den Kommentaren gelesen, wann ist denn endlich die Bekanntgabe des Gewinners? Ja, die ist heute. Wer hat da nun das hier alles gewonnen? Ist ja auch ein Zeug. Und das alles hat in diese kleine Box da gepasst, da oben rechts. Ja, wer denn das nun alles gewonnen? Zunächst einmal, wie habe ich das ausgelost? Und zwar gibt es eine Seite, auf der man ganz viele Namen einfügen kann, was ich auch gemacht habe. Link dazu schreibe ich noch unten in die Videobeschreibung. Da habe ich dann die ganzen Namen von den richtigen Antworten rein gepackt und habe das dann dort auslosen lassen. Das waren, ich glaube, weit über 100 Namen, die ich da eingefügt habe. Gelten lassen habe ich Wolverine und auch Logan. Beides ist ja richtig, ist ja beides sein Name. Deshalb habe ich auch beides gelten lassen. Und Rechtsschreibung war hierbei nicht wichtig. Es kam nicht darauf an, dass ihr es richtig geschrieben habt, weil ich habe oft auch in den Kommentaren gelesen, aber ich weiß es nicht, ob ich das so richtig geschrieben habe. Ist nicht wichtig. Ist egal. Hauptsache, der Richtige ist gemeint. Das heißt, Hauptsache, ich wusste, dass du Wolverine oder Logan gemeint hast. Dann war alles gut. Dann kamst du auch mit in die Verlosung. Wenn ich aber dann sowas gelesen habe, einfach noch X-Men. Einfach nur X-Men. Nein, X-Men ist die Gruppierung, zu der Logan gehört. Aber das ist nicht sein Name gewesen. Richtig wäre gewesen also Wolverine oder Logan. Gut, aber wir haben ja immer noch nicht den Gewinner genannt. Es ist Jay Sanchez. Ja, Jay Sanchez, du hast das alles gewonnen. Also, das da. Hast du alles gewonnen? Jay, Jay, Jay Sanchez. Du hast das alles gewonnen. Das alles gehört jetzt dir. Ich werde mich mit dir noch in Kontakt setzen, damit ich deine Adresse auch noch bekomme. Denn die brauche ich nämlich, um dir diese Box zukommen zu lassen. Ich hoffe, du hast sehr viel Freude daran. Und an alle anderen, die jetzt traurig vor dem Monitor sitzen. Och, ich habe wieder mal nicht gewonnen. Hey, keine Sorge. Das ist garantiert nicht das letzte Mal. Da kommen noch weitere Gewinnspiele. Nicht unbedingt nur von Loot Raider. Auch andere Gewinnspiele. Zwar jetzt nicht so gleich direkt hintereinander. Es wird schon ein gewisser Abstand dazwischen sein. Aber ich gebe euch einen guten Rat. Haltet die Augen auf meinem Kanal offen. Dann verpasst ihr das nächste Gewinnspiel auch nicht. Am besten abonnieren, würde ich sagen. Dann kriegt ihr auch rechtzeitig Bescheid. Okay, und Gewinnspiele lasse ich hier in der Regel auch lang genug laufen, damit auch möglichst jeder eine faire Chance hat, auch dabei zu sein. Auch wenn er mal, ich sage mal, so zwei Tage nicht zu Hause ist, weil er will da beim Freund übernachten oder was weiß ich. Oder hat nach der Schule absolut keinen Bock, den Monitor anzuschmeißen, um zu gucken, ob da ein Gewinnspiel ist oder so. Ich lasse es in der Regel länger als eine Woche laufen, so ein Gewinnspiel. Einfach die Augen offen halten, dann verpasst ihr es auch nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.